Hallo bei Nerdfernmedizin, mich kennt ihr ja schon und neben mir sitzt Daniel und unsere treuen Zuschauer, die kennen Daniel auch schon. Er ist der Initiator von Faktor Mensch, bietet da tolle Kurse an und hat uns auch schon ein paar geniale Videobeiträge gespendet. Bevor wir aber das Video beginnen, kann ich euch sagen, heute ist ein echt stressiger Tag. Es geht einiges rund, viel Improvisation und auch Daniel hat mir eben gesagt, dass auch er so ein bisschen am Limit ist. Daniel, wie geht's dir? Ja, die Frage, wie geht's dir, ist ja eine Frage, die man in so einem persönlichen Kontext unter guten Bekannten oder Freunden sehr offen und ehrlich beantwortet. Das ist gar nicht immer möglich. Hier jetzt, in diesem Video, wo wir so unter uns sitzen und uns niemand zuhört, kann ich sagen, ich bin ziemlich erschöpft. Ich bin sehr müde, wenig geschlafen. Wir sind gerade in Steinbeifürt und ihr macht euren Notfallmedizinkurs. Wir machen einen Notarztkurs. Parallel habe ich auch noch ein paar Faktor Mensch Veranstaltungen hier in der Region gehabt. Ich bin erkältet und kann mich an dieser Stelle auch gleich für den ein oder anderen Huster entschuldigen. Ja, Schlafmangel, Müdigkeit, Erschöpfung, hoher Workload, Krankheit, das macht was mit uns. Das verändert die Art, wie wir denken, wie wir entscheiden. Das hat auf ganz viele Dinge Einfluss. Und wissen wir alle, nicht immer zum Positiven. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich darüber einfach mal Gedanken zu machen. Wir thematisieren das nicht gerne. Man sagt im besten Fall, ich bin heute nicht so gut drauf. Aber genauso häufig sind wir auch in Situationen, wo wir es doch irgendwie überspielen müssen, weil wir es uns vielleicht irgendwie nicht erlauben können oder weil wir nicht wollen, dass andere merken, dass wir nicht so leistungsfähig sind wie sonst. Manchmal habe ich auch gar keinen Einfluss. Wenn du Dienst in der Notaufnahme hast und die Hütte ist voll, das Wartezimmer ist voll, da sitzen sogar auch vielleicht sogar zwei Patienten, die krank sind. Kann ja auch mal sagen. Die wollen Leistung. Die wollen Leistung, da musst du schnell die richtigen Entscheidungen treffen. Und das können wir mal mehr, mal weniger gut. Und hast du, gibt es eine Einheit für Performance, für meinetwegen auch kognitive Ressourcen? Das ist ja was sehr Wichtiges. Also das ist ja das, was der Patient auch von uns möchte. Der möchte, dass wir wach sind, kreativ sind, dass wir sachlich, strukturiert entscheiden. Gibt es da eine Einheit für, wie gut wir das können oder wie schlecht? Eine Messeeinheit meinst du? Ja. Wüsste ich nicht. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich zum Patienten hingehen soll und sagen soll. Wissen Sie, ich habe gestern ordentlich gefeiert und es ist meine Tochter noch heute Morgen um fünf aufgewacht. Heute kriegen sie nur zehn Prozent. Genau, ich glaube, dass es auch gar nicht sinnvoll und zielführend ist, dass man das dem Patienten so offen sagt. Ich glaube, das ist eine Frage, die man vorher für sich selber beantworten muss. Und auch das ist eine große Herausforderung und das schaffen viele gar nicht. Es hat maßgeblich was mit Selbstreflexion zu tun, zu sagen, wo stehe ich heute auf so einer Skala von 1 bis 100 meinetwegen? Wie viel Performance kann ich jetzt in diesem Moment eigentlich anwenden? Also wie viele kognitive Ressourcen habe ich? Und nochmal, kognitive Ressourcen sind eigentlich mit das Wichtigste für das, was wir jeden Tag tun. Die Evolution hat uns gerade in kritischen, stressigen Situationen eher mit der Ressource Kraft ausgestattet. Darauf basiert dieses ganze Sympathikussystem. Blut shiftet in die Muskeln. Ich bin auf Kampf oder Flucht getriggert. Kraft ist in der Regel da. Das kennen wir immer wieder. Wenn es stressig wird, dann ist Kraft nicht unser Problem. Leider sind wir nicht mehr in der Steinzeit. Und leider hat uns eben die Evolution nicht auf Schockraum, auf Polytraumaversorgung, auf komplexe Patienten, Intensivmedizin, Sepsis, all das vorbereitet. Hat es einfach nicht. Das versuchen wir jetzt irgendwie mit Algorithmen oder komplexen SOPs irgendwie auf eine richtige Bahn zu lenken. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn ich wenig Ressourcen habe, wenn ich müde bin, krank bin, vielleicht auch gereizt bin, wenn mein Arbeitsumfeld sehr komplex ist, eine hohe Dynamik herrscht, dann falle ich ganz schnell wieder in dieses Grundmuster zurück. Ein bisschen Kampfflucht, verminderte Hirndurchblutung, weil wenn Blut in die Muskeln geht, muss es ja irgendwo herkommen. Häufig Kopf, kennen wir alle. Tunnelblick, ich lasse ständig Sachen liegen, ich vergesse Dinge, ich kommuniziere nicht sauber. Das Lesen wird weitgehend komplett eingestellt. Und es gibt eine Einheit. Das sind die grünen Kügelchen. Die habe ich doch schon mal in deinen Kurven gehört, oder? Genau. Ich hoffe, du erinnerst dich auch noch ein bisschen. Also grüne Kügelchen ist eine relativ charmante Einheit, entwickelt von Andreas Richter. Der ist Flugpsychologe, der macht sehr viele Kurse auch für die Luftfahrt, wo es eben auch um dieses Crew Resource Management geht. Und der hat sich zu Recht die Frage gestellt, wie können wir eigentlich unsere kognitiven Ressourcen in irgendeiner Weise beschreiben. Und das Modell sieht aus wie so ein Glas mit letztendlich grünen Kügelchen. Und die Frage ist, wie viele grüne Kügelchen sind da drin? Oder um verbrauchte Ressourcen darzustellen, wie viele dieser Kügelchen sind rot? Und idealerweise haben wir so 80% grüne Kügelchen, 20% rote, das merkt man uns nicht an, das ist kein Problem, sind wir gut leistungsfähig mit. Bin ich erkältet, habe ich Husten, habe ich vielleicht nur noch so 70% oder 60% grüne Kügelchen. Aber dann fangen die Dinge an zu kumulieren. Dann nehmen wir mal Schlafmangel, dann nehmen wir eine Erkältung, dann nehmen wir vielleicht Stress in der Beziehung, dann nehmen wir den überzogenen Dispo-Kredit. Ich hatte heute Morgen übrigens das bizarre Problem, dass ein Vortrag fast daran gecrasht wäre, dass mein USB-C vom MacBook nicht kompatibel mit dem HDMI-Adapter ist. Das kenne ich. Auf der Suche nach dem VGA-Adapter dann aber festgestellt, dass auch kein passender VGA-Adapter für USB-C existiert. Jetzt könnten wir so die Diskussion hinziehen zu, warum ist unsere Welt eigentlich so fucking komplex? Und warum machen wir sie immer komplexer? Wir simplifizieren ja nicht, wir machen ja immer noch mehr. Das tut uns keinen Gefallen. Und wenn du wenig Ressourcen hast, dann sind es diese kleinen Dinge, die am Ende dazu führen, dass du noch 20 grüne Kügelchen hast. Und was passiert mit Menschen, die 20 grüne Kügelchen haben? Wie sieht man denen das äußerlich an? Die werden ganz rot im Gesicht. Die werden sehr dünnhäutig, sehr empfindlich. Die platzen schnell. Der Choleriker explodiert. Wir sehen das schon den Leuten an und sagen, den brauche ich heute nicht ansprechen, der ist heute nicht gut zurecht. Die Leute selber merken das oft nicht zwingend. Das hat was damit zu tun, wie gut man selbst reflektieren kann. Aber ich glaube, dass diese grünen Kügelchen eine ganz brauchbare Einheit sind, um auch einfach mal auf eine ganz charmante Art zu sagen, da habe ich jetzt einfach keine Kügelchen für. Tut mir leid. Also das überfordert mich jetzt situativ. Das hat überhaupt gar keine Aussage über deine grundsätzliche Kompetenz. Aber wir können ja nicht immer 100 Prozent unserer Kompetenz umsetzen in Leistung. Das ist, glaube ich, jedem klar. Im Idealfall schaffen wir immer so 70, 80 Prozent Leistung. Aber mit wenig grünen Kügelchen sind wir auch nur zu wenig kognitiven Dingen in der Lage. Also die kognitiven Ressourcen, repräsentiert über grüne Kügelchen, ermöglichen halt so Dinge wie kreative Lösungen erarbeiten. Ein Stück weit Multitask, also der schnelle Wechsel zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitsdingen. Das kann ich natürlich deutlich besser mit vielen grünen Kügelchen und deutlich schlechter mit wenig. Das sind alles so Dinge, die wir ein Stück weit berücksichtigen müssen. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach lernen, mal zu uns ehrlich zu sein, zu anderen ehrlich zu sein und zu sagen, jetzt, hier und heute kann ich das jetzt nicht. Morgen bestimmt wieder. Okay, hier kam gerade einfach jemand in den Raum reingeplatzt, deswegen waren wir vielleicht kurz verwirrt. Wieder zwei grüne Kügelchen in den Wind. Ja, also abschließend vielleicht, wir wollen das Video jetzt ja auch nicht auf eine Stunde ausdehnen. Was mache ich jetzt damit konkret? Wie verliere ich grüne Kügelchen und wie kriege ich sie wieder? Das ist entscheidend. Also das ist so eine Frage, die jetzt auch für uns ganz relevant ist. Wie schaffen wir es über den Tag? Weil viele Menschen wollen, dass wir Leistung bringen. Wir haben ihr Teilnehmer, wir haben Teilnehmer. Wir haben gutes Geld bezahlt für einen guten Kurs und die wollen jetzt auch nicht irgendwelche müden Vögel da vorne sitzen haben, sondern die wollen ein bisschen was geboten kriegen. Die wollen, dass wir neue, freshe Sachen eben bringen. Und das kann man auch nur mit ausreichend grünen Kügelchen. Das ist recht profan. Ich muss mir halt mal eine Pause gönnen. Ich muss mal einen Kaffee trinken. Ich muss mal ein nettes Gespräch führen. Und vielleicht haben wir im Vorfeld gedacht, dass das Video jetzt für Nerdfilm-Medizin auch nochmal so ein Ding auf der To-Do-Liste ist, was auch noch mehr grüne Kügelchen frisst. Aber weißt du was? Ich kriege grüne Kügelchen durch sowas. Mir macht das Spaß. Ha, das ist toll. Ich gehe hier mit mehr grünen Kügelchen raus, als ich reingekommen bin. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Einfach mal zu sagen, hey, gutes Gespräch. Mal einen Austausch machen. Aber natürlich auch diese ganz klassischen Dinge. Power-Napping. Was essen. Sich vielleicht mal rausnehmen aus einer Situation. Was wegdelegieren. Delegation ist ein unglaublich wichtiges, mächtiges Tool, um seine eigenen Ressourcen zu schützen. Müssen wir immer auf die Grenze zur V-Leit achten. Also jetzt nicht alles wegdelegieren, damit ich immer schön 80 Kügelchen habe und alle anderen nur 10. Das ist auch nicht zielführend. Das Chefmodus. Genau. Man muss einfach ein bisschen auf sich aufpassen. Wenn wir jetzt noch weiter eskalieren, dann können wir über Work-Life-Balance sprechen, über Stellenreduktion, über, ja, das ist ja so ein neuer Modebegriff, diese Achtsamkeit. Das fließt alles ein Stück weit da rein. Im Grunde genommen ist es die Pflege unserer grünen Kügelchen, unserer kognitiven Ressourcen. Ich glaube, da muss man einfach hin und wieder drüber nachdenken. Sehr, sehr richtig, kann ich nur zu 100% bestätigen. Auch, dass das Gespräch uns schon grüne Kügelchen besorgt hat, kann ich nur von meiner Seite aus auch sagen. Daniel, vielen, vielen Dank. Ich freue mich extrem, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, mit dir coole Videos zu drehen. Von eurer Seite aus, wenn es Fragen gibt, unbedingt stellen. Bitte teilen und liken. Schaut euch mal Faktor Mensch an. Sehr, sehr empfehlenswert. Und jetzt gehen wir wieder zurück in den Trubel der Kurse, oder? Jetzt geht es wieder los, aber ich habe jetzt voll Bock. Ich auch. Okay, tschüss. Ciao. Okay, tschüss. Vielen Dank.